Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Conflict of Nations. Ja, das ist, glaube ich, die vorletzte Folge. Auf jeden Fall kann ich dazu sagen, ich erkläre euch nochmal die Geschichte. Iran hat mir den Krieg erklärt, da ich... Also, ich hatte wirklich alle hier. Ich hatte Georgien, Aserbaidjan und Armenien. Ich hatte alle und dann erklärt mir Iran den Krieg. Dann kommt er da. Iran hätte ich noch geschafft, okay. Doch dann erklärt mir auch Syrien den Krieg. Und ja, gegen zwei habe ich keine Chance. Und dann kloppen sich die beide in mein Land. Ich habe versucht abzuwehren gegen ihn, aber nicht. Hier habe ich auch Crimea erobert. Und dann hat mir Ukraine den Krieg erklärt. Aztotzka auch. Dann hat mir Rumänien den Krieg erklärt. Dann hat mir Bulgarien den Krieg erklärt. Und von jeder Seite kann ich mich nicht kloppen. Weil, wie soll ich alle meine Truppen zu allen Personen schicken? Das geht fast gar nicht. Und wir sind tatsächlich dabei. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben Rumänien ein bisschen quasi... Also Rumänien schaffen wir, Bulgarien auch. Und Ukraine sollten wir auch schaffen. Da wir wirklich... Also ganz ehrlich, wir hätten Rumänien, Ukraine und Bulgarien hätten wir beide geschafft. Das größte Problem war dann noch Syrien und Iran. Die waren die größten Probleme von allen. Ähm, ansonsten hätten wir es zu 100% geschafft. Ihr seht ja, wie meine Truppen hier vordringen. Das war wahrscheinlich der vorletzte Part, würde ich sagen. Weil, ja, ich mach... Der letzte Part kommt dann, wenn ich quasi komplett verloren habe. Also, ja, es tut mir auch leid an Frankreich und an Russland. Obwohl, Russland ist eh nicht mehr in der Alley. Dass ich so verkackt habe. Aber die finden jetzt neue. Zum Beispiel jetzt in der Alley ist es nicht mehr Russland, sondern... Äh, Irland. Und wenn ich dann wahrscheinlich gehe, dann wird vielleicht Finnland drin sein, wahrscheinlich. Ja, was ich nochmal dazu sagen wollte, das war's. Mit dem Display, es gibt noch eine Folge, wo ich dann wahrscheinlich Komplett verloren habe. Ja, aber ansonsten war's das. Danke schön fürs Zuschauen. Das war ein kleines Projekt. Und ich glaube wirklich auch nicht, dass wir das ein zweites Mal machen. Weil es hat jetzt nicht allzu viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, das war's mit dem Video. Ich wollte euch eigentlich das nur sagen. Zwei Minuten Video, perfekt. Leute, bis dann. Ciao.